Hallo, herzlich willkommen beim Kulturstream Hürlitz. Schön, dass du dabei bist. Hallo Leute, ich bin's wieder, der Dimi, live aus dem Studio Hürlitz. Und ich möchte euch mal erzählen, was am Donnerstag bei der Live-Show auf euch zukommt. Wir haben nämlich wieder eine volle Live-Sendung für euch mit coolem Content. Das erste wäre zum Beispiel eine Feuershow von Exmeralda. Die hat uns nämlich angeboten, eine Feuershow zu liefern. Wir haben das produziert und Musik haben wir dafür auch gefunden. Nämlich aus Cottbus zwei Musiker, die heißen Phoenix Liberation. Manu und Philipp, schöne Grüße an euch da draußen. Auch vom Club-Kollektiv Cottbus. Und die haben extra dafür Musik komponiert. In diesen Zeiten, ohne sich zu begegnen, zusammen Projekt, kollaboriert. Coole Sache, zeigen wir euch am Donnerstag. Dann haben wir noch eine Idee für den Tanz in den Mai. Der wird natürlich auch nicht so stattfinden, wie man das so gewohnt ist. Aber wir haben schon eine Idee für ein digitales Beisammensein. Und da wird euch der Ortsvorsteher Thomas in seiner digitalen Bürgermeistersprechstunde mal wieder die Infos bringen. Weiterhin haben wir in drei Wochen schon eine Reggae-Band an den Start gebracht. Small-Tone-Artists aus Leipzig, für euch da. Aber jetzt kommen wir zu der Sache, worum es eigentlich geht. Nämlich um diesen Donnerstag. Der Künstler A in the Machine ist da. Musca Biotron. Der wird euch nämlich als richtiger Elektro-Koryphär. Der kommt aus Sao Paulo in Brasilien, aber lebt in Berlin. Und der macht Elektromusik. Und der hat nämlich Folgendes für euch. Ihr könnt ihm Geräusche schicken, die er live in der Show einsetzen wird. Ihr seht ja den QR-Code. Da könnt ihr in die WhatsApp-Gruppe mitkommen, indem ihr den einscannt. Und könnt dann in dieser WhatsApp-Gruppe Geräusche abladen. Was ihr wollt, was ihr cool findet. Auch Sprachnachrichten. Ist völlig egal. Der wird das alles verwenden. Ihr könnt ja jetzt schon einen senden. Oder live, weil er in dem Moment in der Show live verbunden ist mit seinem Gerät. Und dann macht er Mucke aus euren Sachen. Er baut das um eure Sounds herum. Der ist dann nämlich ziemlich fix. Und wie sich das anhören könnte, wie er sich so generell anhört, das wollen wir mal uns jetzt reinziehen. A in the Machine. Bis Donnerstag. Hallo Leute, ich bin Diego. Und nächste Woche bin ich im Kultüri-Stream. Ich werde elektronische Musik live für euch spielen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.